In diesem Video möchte ich euch zwei interessante Fun Facts zu einer Welt aus dem Basisspiel vorstellen, die ihr bestimmt noch nicht kanntet. Viel Spaß beim Ansehen! Mit dem Juni-Update im Jahr 2015 wurde der Spielerwunsch nach mehr Platz zum Bauen endlich erfüllt, denn das kostenlose Update brachte die Welt Newcast ins Spiel. Diese war im Vergleich zu den anderen Sims 4 Welten leer, die insgesamt 15 Grundstücke konnten also von allen Spielern frei bebaut werden. Bis hierhin ist alles klar, aber ist euch schon mal aufgefallen, dass diese Welt in vielen Punkten stark an eine bereits vorhandene Basisspielwelt erinnert? Nein, nicht nur viele Deko-Objekte wurden hier recycelt, wie das in The Sims 4 sehr häufig vorkommt, sondern die ganze Welt wirkt extrem von Willow Creek abgekupfert, die uns allen sehr bekannt sein sollte. Vergleichen wir beispielsweise die Region mit den öffentlichen Grundstücken, mit Ridge Line Drive aus Newcrest. Hier fällt direkt auf, dass die Straßen hier vom Layout und allgemeinen Aufbau komplett gleich sind. Bis auf die Straße hier oben sind alle komplett identisch, auch die allgemeine Beschaffenheit des Bodens ähnelt sich an manchen Stellen stark. Selbiges gilt für die Region Lama Lagoon, bei der man das passende Pendant auch in Willow Creek finden kann. Hier wurden die Straßen ebenfalls recht ähnlich verlegt, besonders gut kann man die Kopie in der Region auch an diesen zwei komplett identisch platzierten Deko-Häusern, sowie dem kleinen Weg und Straucher kennen. Und als letztes das gleiche Spiel mit dieser Nachbarschaft aus Newcrest, die wohl auf der Basis der Curt Yard Lane Region erstellt wurde. Ganz klar, für Newcrest haben sich die Entwickler die bereits vorhandenen Nachbarschaften geschnappt und auf dieser Basis dann neue Regionen entworfen. Statt pinken Bäumen gibt es hier dann grüne, trotzdem unterscheidet sich die Weltendeko weiterhin stark. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wahrscheinlich niemandem von euch diese krassen Parallelen aufgefallen sind. Ebenfalls werdet ihr wahrscheinlich nicht bemerkt haben, dass auch die Weltenkarte mit einem Update eine Überarbeitung erhalten hat. Eine neue Straße wurde hier hinzugefügt, scheinbar waren die Entwickler ebenfalls mit der Platzierung der Bäume unzufrieden. Weiter war in der ursprünglichen Kartenversion ein kleiner Fehler vorhanden, weiter oben wurde hier ein paar Bäume übereinander platziert, wohl eher unbeabsichtigt als gewollt. Was denkt ihr über die kleine Schummelei in Newcrest? Sind euch diese Parallelen schon mal aufgefallen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lass doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann bis zum nächsten Video.